We gonna put it all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie, copy how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers think they saw, see... Also ihr seht schon, mein Fortnite sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen lange gezogen und zwar gibt es wieder eine neue Variante von Stretched. Also Stretched wurde ja vor ein paar Monaten eigentlich entfernt, also man kann es nicht mehr spielen und deswegen haben sich auch mega viele aufgeregt. Ich fand es irgendwie ganz gut, wenn jetzt jeder die gleiche Auflösung spielt. Aber naja, jetzt gibt es auf jeden Fall die Variante hier, das ist 1656x1080, ich denke mal, dass auch die Auflösung bald wieder entfernt wird. Aber naja, ich spiele sie jetzt auch nur fürs Video, also ich werde direkt nach dem Video wieder meine Auflösung auf Normal stellen. Naja, hier ist dann noch der neue Shop, es gibt einen neuen Emote, Hüpflammer, mit dem kann man auch laufen, also ja, finde ich mega nice. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop meinen Creator Code eingehen würdet, ArianeFN, dann annehmen. Und ja, ich würde sagen, ich spiele jetzt mal wieder Solo vs. Squad, habe ich mal wieder Bock. Ich werde dann einfach ein paar Ausschnitte vor ein paar Runden zusammenschneiden und ja, los geht's. Alter, ich kenne mich hier gar nicht aus. Ähm, ja. Alter, ich musste ihn einfach mit Spitzsacke holen. Was? Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Res findet. Halte. Oh nice, er hatte den Pump. Oh nice, er hat den Pump. Was macht der? Junge Oh mein Gott Wie habe ich sie noch bekommen? Oh fuck Der checkt ja gar nichts Beste Squad auf jeden Fall, die haben es perfekt zusammengespielt Was macht der? Was macht der? Ich habe da einmal den Edit verkackt Wie viele Schutz waren das? Der stirbt doch Was macht der? Nicht aus, heißt der Hort So komm ich rifte einfach mal Oh Das war ein Hit Was macht der? So 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 Das war's. Spannende Musik Alter, da oben geht's ab Nein Oh, da oben geht's ab Oh mein Gott GG auf jeden Fall So, noch drei Gegner Wo könnten die sein? Hä? Oh Hey man Hot Hey, Licht aus Habe ich den nicht vorhin gewohnt? Alle Horten nahmen Alter, geile Runde auf jeden Fall Auch wenn ich drei Leute zweimal gekillt habe